Was macht ein Kind zum Straßenkind? Ist es ein Kind, das auf der Straße lebt, isst, arbeitet und schläft? Hat es seine Eltern verloren und muss sich alleine durchschlagen? Ist es von zu Hause fortgelaufen? Oder wurde es einfach von der Familie verstoßen? Spricht man von einem Straßenkind, wenn es im Müll nach Essensresten sucht, wenn es zerschlissene Kleider trägt, wenn es stiehlt, lügt und betrügt? Tatsächlich lässt sich gar nicht so einfach sagen, was ein Straßenkind eigentlich ist. Überall auf der Welt leben, arbeiten und betteln Kinder auf der Straße. Auch in Industriestaaten, auch in Deutschland.